gut ich muss hier oben kurz für klartext sorgen klartext sprechen dann habe ich gleich wieder die oberhand die frage ist wie lange diesen kanonenfutter läuft auch noch mit kann aber sonst nichts groß verkaufen glaube ich angreif lasst es euch nicht bieten ja super kommen wieder zwei auf einmal also zwei einzelne nur wegen dem dummen flussüberlauf ich hasse es ja da kommt ja was da kommt was zum glück habe ich das kanonenfutter dabei das ist da ganz nützlich und schafft er aha er will noch ein bisschen für zerstörung sorgen bevor er stirbt will er wieder abhauen noch nicht ja schaffst du komm weg damit mein tiberium lass es liegen er hat es aber mitten hier tot genommen leider die nächsten ja was da wieder kommt ich glaub's nicht wieso sind die denn gleich so aggro immer du kannst ja nicht nach oben du musst dann nach unten und du auch da liegt so viel rum das reicht für fünf ladungen ja super ich lass mich wieder abschlachten voll fies und ich krieg ehrlich verbitt wenn dann irgendwie mal ein obelisk von mir geplättet wird jawohl in Ruhe supi jetzt haben sie sich wieder hier manifestiert ein paar habe ich retten können so komme ich aber nicht weit ich brauche eine andere strategie warum schießt der eigentlich nicht kann der nicht beim fahren schießen war das nicht so gut hier oben steht keiner jetzt können sie also theoretisch wieder da sammeln sammel du mal da sonst reicht es nicht für euch beide schon ein bisschen ankotzig vielleicht kann ich die noch kaputt machen dann habe ich hier ein kleines feld das will er für sich beanspruchen schlimm mit mir die mission dauert immer so lange mit meiner spielweise aber ich lass mich da wohl nicht lumpen ich will das spiel voll und ganz auskosten sie wollten das wohl kombinieren glaube ich und den hier auch noch mit kaputt machen hat zum glück nicht geklappt das wäre ich angesäuert gewesen ein mammut in dem moment natürlich die wissen schon was sie tun kommen die sammler jetzt auch mal zurück die wollen jetzt wahrscheinlich in die feindliche basis fahren ne der sammler unterwegs bis oben rein und du bist unten rein er geht da schon scheinbar muss ich hier leider ein bisschen umdisponieren war nicht so geplant aber ohne obelisk brauche ich andere hilfen aber wer rechtzeitig reagiert die wissen schon wie sie mir wehtun können hilfe er kommt immer näher das schreck gespenst von gdi er musste viel länger fahren und die haben trotzdem länger gebraucht die zwei nix da er hat angegriffen ich wollte ihm die chance lassen aber er hat angegriffen fesch gehabt selber schuld nach oben wieder du bist repariert wo ist mein kommando eigentlich hin hatte ich den nicht ja super weil er nicht von selber schießen kann er lässt sich immer abknallen kann ich jetzt hier oben sammeln schön immerhin das ja will er nicht mal geldlos werden was machen die immer ich will da gar nicht zusehen die fahren immer so dumm fahren sie erstmal in die feindliche Basis um dann außenrum an ihren Punkt zu fahren ja mach schön deine eigene Mauern kaputt die habe ich ja nicht eingebaut aha ach ne das ist meiner ich dachte gerade er wäre feindlich jetzt kannst du ruhig da hinfahren das ist besser als da hin jo sieht gar nicht mal so toll aus das ganze ich muss dann irgendwie auf 14 oder so zurück zum nuklearschlag wir stehen da mal einsetzen jetzt habe ich aber gerade lust die dinge endlich kaputt zu machen die nerven mich die dinge werden wenigstens nicht wieder neu aufgebaut nur das teil hier da ist direkt hier die Basis wahrscheinlich eigentlich müsste der Boden so verbrannt sein verseucht dass da nie wieder was stehen kann die Sammler müsste ich auch mal irgendwann reparieren aber das will ich nicht ich warte immer noch auf die Doppelis so wenig Geld hatte ich lange nicht mehr mal gucken ob ich jetzt irgendwie behelligt werde von ihm vielleicht muss ich aber mal kurz den Schluck nehmen ach ich kann nicht mal in Ruhe trinken ohne dass die Dummheiten lang ja wenn man nicht so oft aufnimmt dann merkt das die Kehle ganz schnell wenn man mal wieder ein bisschen was aufnimmt so Angriff hoffe das geht gut mal ein bisschen Ruhe haben und dieses Zibiriumfeld für mich beanspruchen ja komm netze Beine gehabt er haut ab meinetwegen ja das lief doch ordentlich damit kann ich für den Moment leben deswegen spreche ich da direkt noch mal drauf der Opelisk ist immer noch nicht fertig jawohl aber er hier ist jetzt funktionstüchtig in Ordnung er will das Dibirium sterben er wählt den Freitod für 0,70 Cent was macht er da er will wirklich sterben er geht wieder zurück ja gut das ist nichts für Kinder FSK 29 er haut ab ich glaube er will mich nur in Sicherheit wiegen der Obelisk ist nämlich immer noch nicht fertig aber der Bau ist voll auf repariert schön nein nein ich hätte doch direkt nach Hause gehen sollen ich wusste es ja ja er lebt noch warum schießt der nicht der kann nicht komisch war das ganz komisch ja wo stellen wir das am besten hin hier sonst wäre das Kraftwerk hier ziemlich unsicher zurückgelassen worden die wollen natürlich auf meine Sammler schön ne scheiße dann sammest du jetzt am besten nur noch hier nein 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 vielleicht auch lieber hier weg hier und ihr was macht ihr ihr wollt sterben los weg zum Glück habe ich jetzt den Tempel nicht mehr sonst hätte ich da gar keinen Platz der muss es noch überleben ey die lasst mich nicht in Ruhe hört auf in dem Scheiß gut ich meine der Sammler hat überlebt das ist das wichtigste jetzt hebe ich mir einfach mal ein bisschen der will gar nicht näher kommen der will nur nicht sammeln scheinbar ah jetzt aber der eine Schuss war notwendig jetzt muss ich mich halt mit dem hier selbst mit dem Geld reparieren ich weiß nicht was hier unten passiert ist ich habe das nicht mitgekriegt eger so 701 wir gucken wie viel die Reparatur benötigt ganz schön viel sehe ich jetzt schon das ist jetzt schon klar erkenntlich oder sichtlich und überhaupt naja die stehen wieder drum rum wenn sie das mal länger täten hier unten die will ich auch noch kaputt machen hier die vier sechs Türme sind noch da und ein ganz böser und noch ein ganz böser boah wie viel das braucht schlimm hätten wir gleich einen neuen bauen können der kostet ja nur 1400 na gut die Hälfte deswegen finde ich die Werkstatt ja immer so gut die Hälfte an der Kosten wird dadurch bewahrt als wenn man einfach ein neues Wägelchen bauen würde und er ist fit schnell sammeln ich habe nur noch eine Infanterieeinheit schade ah jetzt hauen sie ab die haben Angst ja aber die wollen mich wieder nur in Sicherheit wiegen das haben wir ja gerade schon gesehen wie die das können ah immer wieder immerhin gerade rechtzeitig gerade noch so abgelenkt und ihr hallo ist hier jawohl in Ordnung nachher mal erstmal Reparatur ein bisschen haben wir ja gesagt gerade viel wichtiger wichtiger ohne I ohne zweites I keine Panzer nichts dagegen hätte bloß den Kommando noch Du musst jetzt nicht wegen dem bisschen da nach oben gehen. Da kannst du ja auch erstmal abliefern, was du hast. Gleich viel schneller das Ding, wenn es repariert ist. Mein Obelisk ist übrigens weg. Fällt mir auch mal auf. Anscheinend der Ionenwerfer. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Wie das Geschehen sein soll. Der kann einfach durchlaufen, wie immer. Schön. Na also. So wird's gemacht. Eigentlich wollte ich die Mauer behalten, ein bisschen als Schutz. Aber scheinbar soll das nicht sein. Ja, überfahren. Jetzt kommt schon wieder ein Mammut. Alter, auf mit der Scheiße. Jetzt sind die alle schon wieder voll beschädigt. Und ich hab wieder kein Geld für einen Obelisken. Das ist ein Krampf mal wieder. Kommt der Sammler irgendwann mal? Der will wieder... Ah, ich glaub das nicht. Genau das sollte er ja nicht tun. Genau das sollte er ja nicht tun.